Hallo, Micky. Borgst du mir ein Stück Butter? Bitte. Es gibt ein Wort, das ich nicht sagen kann. Bekomme ich die Butter? Ja. Mach's gut, Micky. Bleh. Dinn-Dinn. Micky, ich würde mir gern mal deinen Sessel borgen. Meinen Sessel? Wofür, Goofy? Einfach nur so. Oh, Junge, Goofy, ich... Oh, danke, Micky. Ich wusste, dass du anderen gerne hilfst. Du kennst mich. Was ich nicht sagen kann, ist... Dann darf ich mir doch auch dein Auto borgen. Mein Auto? Na ja, wie soll ich denn den Sessel transportieren, wenn ich kein Auto habe? Nicht wahr? Oh! 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 Kann ich mir fünf Dollar borgen? Oh, Junge! Kann ich mir deine Freundin ausborgen? Oh! 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 Oh, ihr kennt mich! Du kannst nicht nein sagen! Ah! Hey, mit挑ise? Ich kann nicht... Sagen, Donald. Donald! Das ist super. Donald, das ist es. Du bringst mir bei, wie man das sagt. Was ist das? Genau, das ist es. Sag, was du willst. Au. 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 Und au. No. Nein. Nein? Donald, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Oha, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich die Hauptstraße finde? Aber natürlich, Sie folgen der Straße und... Nein! Kannst du einer alten Frau über die Straße helfen? Mit Vergnügen. Nein! Was habe ich da getan? Nein! Rechts ranfahren! Nein! So hören Sie die Wahrheit zu sagen? Nein! Lassen diese Querstreifen meinen Hintern größer aussehen? Nein! 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 Mit bestem Dank zurück! Limpel? Oh! Limpel? Ein kleines Dankeschön für die Butter. Ha! Es tat sich aus, eine nette Kerze sein, glaube ich. Hast du was dagegen? Also, ehrlich gesagt, ja. Ich hab was dagegen. Tut mir ja. Teh, Leute. Da, herine. Tцо, lasst. Da, hei! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020